So, wir haben jetzt Haustürabholung mit der AIDA, fahren jetzt nach Hamburg, werden mit dem Taxi, werden wir abgeholt und fahren jetzt schön nach Hamburg. Matthias, freust du dich? Unglaublich, ja. Unglaublich, so. Dann steigen wir ein. Ich bin der Hubert, ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos und unten auf Gefällt mir drücken. Und dann seht ihr die weiteren. Bis dann, ciao. Hier kommt jetzt unser Zubringerbus, der uns nach Hamburg bringt. Mit Schmetterlingreisen fahren wir. Und da werden wir mal schön Spaß an, nach Fulda zu fahren, nach Hamburg zu fahren mit der AIDA und Costa. Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio Hotel, einem Robinson Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote, jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travelstar Reisebüro Fella in Hammelburg, im E-Center und unter fella.de. Und da werden wir mal wiederholen, im E-Center und im E-Center und im E-Center und im E-Center und im E-Center. E-Center und im E-Center und im E-Center.